Name fürs Protokoll Jyn Erso Fälschung imperialer Dokumente Besitz gestohlener Güter Schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Verhaftung Kann man dir ohne deine Fesseln trauen? Ja, Sir Wir hielten es für sehr wichtig zu zeigen, dass Jyn menschlich und verwundbar ist, damit man sich in sie hineinversetzen kann Die Rebellion Die Rebellion fanden sie zuerst ein bisschen schwierig, aber sie wollten ja was Bestimmtes von ihr Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater? Wie es scheint, ist der mausgeblich beteiligt am Bau dieser Superwaffe Jyn sorgt zumindest in Cassians Augen nur für Ärger Aber dann erlebt er, dass sie eine echte Heldin ist, die alles riskiert Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden Felicity spielt das so stark, dass man jede Sekunde mitfiebert Sie muss gewinnen Ich drehe Star Wars wie geniales Dustin, eine Erfahrung, die ich niemals vergessen werde Möge die Macht mit uns sein Rogue One, the Star Wars Story Untertitelung des ZDF für funk, 2017